Musik Hey Leute, willkommen zu einem ganz kurzen Tutorial, wie man im Pokémon Schwert und Schild scheinis leichter bekommt. Und da ich das euch zu erklären versuche, habe ich jetzt zwei, wie ihr hört, im Hintergrund, die das auch verstehen müssen, was ich hier erkläre. Ja, bin mal gespannt, ob du das hier auch gut machst. Hi Diana übrigens und hi Evator. Hi. Also Leute, ihr seht hier, ich bin im Pokédex absichtlich. Warum? Wir sehen hier natürlich das Pokémon, den Typen, die Größe, das Gewicht und wie viele ich davon schon bekämpft habe. Das heißt, wie viele ich besiegt habe und oder gefangen habe. Das ist so eine Zahl, die ist jetzt bei drei bei mir. Und jetzt seht ihr links oben im Bild eine Tabelle eingeblendet. Und da steht zum Beispiel links, wie oft ihr so ein Pokémon besiegt oder gefangen habt. Das kann von 1 gehen, bis 20, bis 50, bis 100, bis 500. Und je nachdem, wie oft ihr ein Pokémon besiegt oder gefangen habt, umso höher steigt auch direkt eure Shiny Chance. Das ist schon mal ganz einfach, ne? Diana, alles verstanden? Ja, ne? Ist ja alles easy noch. Und dann ist es wichtig, dass du zum Beispiel rausgehst ins hohe Gras, ja, ins gefährliche hohe Gras. Und du dort zum Beispiel ein, ja, ein Schaf suchst. Du willst das Schaf zum Beispiel in Shiny haben, weil es in schwarz einfach cool aussieht. Dann gehst du rein in diese Wiese, gehst auf das Schaf zu, gehst in den Kampf rein und flüchtest wieder. Nicht bekämpfen, nicht töten, also nicht fangen, sondern nur reingucken, ist es Shiny? Nö, wieder raus. Und das Ganze machst du 25 Mal. Warum? Dann steigt die Chance nämlich extrem, dass ein Shiny kommt. Du darfst, wie gesagt, nie eins besiegen und nicht fangen. Also immer reingehen, rausgehen, reingehen, rausgehen. Und warum es nun wichtig ist, wie viele du gefangen hast oder bekämpft hast, denn damit erhöht sich die Shiny Chance, wie ihr in der Tabelle sehen könnt. Und ganz rechts seht ihr einen extra Rolls-Counter. Das heißt, wenn du 500 Pokémon besiegt hast oder gefangen, weil du vollkommen crazy bist und ob du das scheiß Schaf haben willst, dann hast du nicht nur eine 33% Chance auf ein Shiny, sondern auch noch insgesamt 6 Mal die Chance. Wenn du das jetzt Prozente ausdrückst, weiß ich nicht. Aber ihr seht ja rechts die Zahl 6. Das heißt, nicht nur einmal 33% Chance auf ein Shiny, sondern 6 Mal. Das wird aber nicht addiert, weil sonst wäre es ja immer ein Shiny, sondern die Chance steigt einfach extrem. Aber, wie ihr seht, auch bei einem Pokémon funktioniert das ganz gut. Auch da habt ihr eine 31% Chance auf ein Shiny, aber halt nur einfach und nicht sechsfach wie bei 500 Bekämpften. Habt ihr das verstanden? Das muss halt fleißig sein. Sehr richtig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass im Pokédex hier eben steht, wie viel man bekämpft hat und so weiter. Hier auch zum Beispiel noch 1 bei mir oder 1, 1, 1. Und das ist auch echt wichtig, das nachzugucken, denn da seht ihr halt, habt ihr schon eines besiegt oder gefangen oder 20, 50, 100, 200, 300 oder 500. Das sind die maximalen Werte. Mehr zu fangen oder zu besiegen bringt nichts. Und natürlich gibt es noch die gute alte Eier-Methode, die ich ja am liebsten habe. Brüten, Leute, brüten. Ihr kennt das noch, vor allem der Eier, der kennt es wahrscheinlich noch von mir. Wir haben ja so viele Eier gebrütet in Pokémon Sonne und Mond, ne? Und da gibt es eine... Nichts geht es über Sprung. Oh ja, da gibt es sozusagen eine Masuda-Methode, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, den Namen. Du musst am besten ein ausländisches Ditto, also ein japanisches oder amerikanisches, woher auch immer, oder aus England geht auch, ein ausländisches Ditto wäre echt die beste Möglichkeit. Das steckst du in die Pokémon-Pension rein und dazu halt dein Pokémon deiner Wahl. Geht natürlich nicht mit jedem, ne? Legendäre und zwar, da kannst du nicht brüten. Und dadurch, dass du ein ausländisches Pokémon mit einem von dir selbst, von deinem Account, zusammen brütest, steigt die Chance auch extrem auf ein Shiny. Das habe ich immer gern gemacht mit den Eierbrüten, denn, ja, du gehst hin, holst deine sechs Eier ab und drehst dich einfach nur beim Kreis auf dem Fahrrad oder so, ne? Und die Eier brüten wie Sau. So, ging ganz gut in Son and Mond, aber ich muss sagen, in Son and Mond ging eines besser und zwar das mit den, ähm, Countern. In Son and Mond war es ja so, du hast dein Pokémon bekämpft und wenn es ganz schwach war, hatte es Angst und hat ein weiteres Pokémon gerufen in den Kampf. Das gibt es ja hier leider nicht mehr. Deshalb ist es hier jetzt nun mit dieser, ähm, Verkettung, dass du halt immer auf das gleiche Schaf zum Beispiel zuläufst, guckst, ist ein Shiny, nein, flüchtest wieder und so weiter. Ist ein bisschen nervigere Methode, muss ich sagen, weil du kannst versehentlich in ein anderes Pokémon reinlaufen, dann geht das Ganze wieder auf Null zurück und du musst wieder 25, ähm, ja, in 25 Schafen reinlaufen als Beispiel. Ja, beim Angeln ist es natürlich noch schwieriger. Immer das gleiche Pokémon zu angeln, wird nicht klappen. Also da kann ich dir auf jeden Fall nur die Eier-Methode empfehlen. Also ja, sonst noch was? Hab ich jetzt vergessen? Habt ihr alles verstanden? Der Schiller-Pin ist noch wichtig. Gibt's den hier auch? Das weiß ich noch nicht. Also ich hab gehört, den soll es hier auch geben. Okay, also Leute, wenn wir den Schiller-Pin finden sollten, dann werde ich es euch natürlich sagen, woher man ein Ditto bekommt. Wenn ich eins ingame finde, kann ich euch auch sagen. Natürlich, wie gesagt, könnt ihr auch eines ertauschen von Sonne und Mond. Auf diese Edition tauschen kann man ja, glaube ich, nicht mehr da hin, ne? Soweit ich weiß. Ja, das hast du mir in euch, glaube ich, gesagt, dass man keine alten Pokémon mehr rüberkriegt. In zwei Monaten müsste man die Pokémon, die fangen wir sind in den E-Zoom... Oh Gott, aber wer will denn zwei Monate warten auf ein Shiny? Deshalb empfehle ich es euch. Versucht euer Glück, holt euch ein ausländisches Ditto, rein in die Pension, auf Route 5 oder im Naturgebiet, gibt's auch eine Pension, rein da. Und dazu euer Pokémon, eure Wahl. Holt euch sechs Eier, dreht euch im Kreis mit Fahrrad und ab geht's, ne? Oder halt, wie gesagt, geht in die Wiese, rennt 25 Mal in euer gewolltes Pokémon und flüchtet immer wieder, um die Chance zu erhöhen. Ich hoffe, es konnte ein bisschen helfen, ne? Auf jeden Fall. Okay, passt. Leute, also, anscheinend geklappt, die zwei haben es verstanden. Die Liste, wie gesagt, habt ihr eingeblendet gesehen, das haben die jetzt noch nicht gesehen. Und dann könnt ihr es auch nochmal nachlesen, macht euch ein Screenshot und gerne mein Let's Play angucken zu Pokémon Schwert, wo ich mit den zwei Ehren da im Hintergrund, die geredet haben. Und jetzt nämlich auch gleich ein bisschen, ja, die Dynamax Rates angucken werde in Multiplayer, ne? Oh ja. Nein. Da haben wir nicht schon gesagt. Spoiler. Falls das Video auch schon online sein sollte, seht ihr es jetzt auf der Endcard. Sonst einfach, wie gesagt, abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Haut hart rein. Danke für euch zwei Testobjekte im Hintergrund. Gerne doch. Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Tschüssi. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020